Ich bin Nadia Ondroschek und das ist wieder Wogisch TV. Wir sind dort unterwegs, wo das Leben sich vor einer ganz besonderen Seite zeigt, stets für Sie auf der Suche nach dem wirklich Exklusiven. Und exakt aus diesem Grund hebt Wogisch TV auch in genau diesem Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes ab. Dina in the Sky. Hoch über den Wolken schwebend im kulinarischen Himmel sein. Wir zeigen schon heute, was es bei uns noch nicht gibt. Wogisch TV wird Ihnen präsentiert von Chanel. Dina in the Sky. Das wohl höchste kulinarische Erlebnis, das Mann und Frau mehr oder weniger auf Erden erleben. Bisher war genau das aber nur einem erlauchten Kreis vorbehalten. Inszeniert wird hier auch gekonnt, das Ganze drumherum. Die Vorfreude auf den eigentlichen Augenblick so richtig auszukosten. Wogisch TV ist exklusiv für Sie dabei und hebt jetzt ab. Über 50 Meter hoch schwebend den Himmel so nahe. Dina in the Sky. Internationale Spitzenköche präsentieren Ihre Kunstwerke. Servieren höchstpersönlich außergewöhnlichste Kreationen. Vom erlesenen Trüffel bis hin zum 100-jährigen Balsam-Messig. Es ist das ganz Besondere, das hier zelebriert wird. Egal ob bei strahlendem Sonnenschein oder im Dunkeln der Nacht. Jede Stunde hat ihren faszinierenden Reiz. So in dieser Form weltweit einzigartig und sicherlich unvergesslich. Die ungewöhnlichste Art zu speisen und feiern. Dina in the Sky.